Darf ich vorstellen? Konrad. Ja, ihr habt vielleicht schon ein paar Fotografien von ihm gesehen, wie er anfangs im Käfig war bei der Aliki. Mittlerweile wohnt er bei der Risa mit in der Wohnung, weil er die Wärme sehr schätzt und es geht ihm sehr, sehr gut. Ja, noch besser wird es ihm gehen, wenn er bald seine Familie in Deutschland finden würde, denn er liebt nicht nur Hunde, sondern auch Menschen über alles. Ja, er bleibt nicht so klein. Er wird sicherlich mal an die 25 Kilo auf die Waage bringen können. Ist immer schwer zu schätzen, aber die Mama ist nicht ganz klein von ihm, auch nicht riesig. So eine mittelgroße Hündin. Papa ist unbekannt. Ja, und er ist ein total süßer, verschmuster, lebensfroher, kleiner Welpe. Was soll man da sagen? Ich glaube, die Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Wenn ihr ihn genauso toll und großartig findet wie wir, dann meldet euch bei Tierfreunde Griechenland. Stichwort Konrad. nicht. ich hoffe,